Aus der Sicht der Finanzpolizei nehmen es Unternehmen Österreich nicht mehr so genau mit der Registrierkassen- und Belegeteilungspflicht. Daher sollen im Herbst wieder Verstärkungkontrollen durchgeführt werden. Worauf ihr bei eurer Registrierkasse achten müsst, welche Unterlagen ihr für eine etwaige Kontrolle durch die Finanzpolizei bereithalten solltet, welche Dokumentationspflichten ihr nachkommen müsst und welche Strafen bei Nichterfolgung drohen, das erfährt in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und in diesem Video widmen wir uns der Registrierkasse. Wie eingangs schon erwähnt, prüft die österreichische Finanzpolizei nun wieder schwerpunktmäßig die Einhaltung der Belegeteilungs- und Registrierkassenpflicht. Bevor wir uns die einzelnen Aufzeichnungspflichten und die Konsequenzen bei Nichtbeachtung ansehen, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, denn damit helft ihr uns mit unseren Videos noch mehr Menschen zu erreichen und ihr verpasst kein neues Video mehr. Schauen wir uns kurz an, wen die Belegeteilungs- und Registrierkassenpflicht eigentlich betrifft. Schauen wir mal oder beginnen wir mal mit der Belegeteilungspflicht. Jeder Unternehmer muss einem barzahlenden Kunden einen Beleg über die empfangene Barzahlung ausstellen und das gilt bereits ab dem ersten Euro. Bitte aufpassen, hier gibt es keine Bagatellgrenze. Und dann gehen wir weiter zur Registrierkassenpflicht. Eine Registrierkasse benötigt jeder Unternehmer, der einen Nettoumsatz von mehr als 15.000 Euro erzielt pro Jahr und davon mindestens 7.500 Euro in bar einnimmt. Und bitte bedenkt, dass auch Bankomat- und Kreditkartenzahlern, sowie auch Gutscheine und Bonus als Barumsätze gelten. Das vergessen viele. Überschreitet ihr diese Umsatzgrenzen, dann benötigt ihr unbedingt eine der RKSV, also der Registrierkassensicherheitsförderung, entsprechende Registrierkasse inklusive Signatureinstellungseinheit. Im laufenden Betrieb müsst ihr dann auf folgende Punkte ganz besonders achten, nämlich erstens die Belegeteilungspflicht. Für jeden Barumsatz müsst ihr euren Kunden einen Beleg übergeben. Nehmt das bitte ernst, denn das Finanzamt ermittelt auch verdeckt. Dann zweitens der Monatsbeleg. Ihr müsst den Monatsbeleg ausdrucken und aufbewahren. Das müsst ihr bei Kassen nachschauen oder auch bei Betriebsprüfungen vorweisen können. Und Punkt 3, den Jahresbeleg müsst ihr übermitteln. Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres müsst ihr bis zum 15. Februar des Folgejahres spätestens den Jahresbeleg elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Das geht einerseits entweder manuell über das BMF-Belegcheck-App oder automatisch über den Finanz-Online-Web-Service-User. Sofern ihr ihn in eurer Registrierkasse eingestellt habt und die Kasse mit dem Internet verbunden ist. Wenn ihr eine dieser drei Punkte nicht befolgt, eure Registrierkasse nicht benutzt oder ihr habt gar keine Registrierkasse, obwohl ihr laut den vorhin erwähnten Kriterien eigentlich eine Registrierkasse verwenden müsst, dann begeht ihr eine Finanzordnungswidrigkeit nach dem Finanzstrafgesetz. Für diese Finanzordnungswidrigkeit kann eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro verengt werden. Und bitte aufpassen, pro Vergehen kann bis zu 5.000 Euro verengt werden. Das heißt, die Strafen können kumuliert werden. Übermittelt ihr beispielsweise keinen Jahresbeleg und bewahrt auch nicht den Monatsbeleg auf, könnt ihr die Strafe sogar zweimal oder öfters bekommen. Wie könnt ihr nun vermeiden, dass es soweit kommt? Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr eine Registrierkasse benötigt oder nicht, sprecht bitte mal mit eurem Steuerberater. Das sollte Klarheit bringen. Schreibt euch in euren Kalender eine monatliche Erinnerung für den Ausdruck des Monatsbelegs, sofern euch eure Registrierkasse nicht eh automatisch daran erinnert. Und auch ganz wichtig, am Ende eines jeden Quartals lasst euch an die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Datensicherung eures Datenerfassungsprotokolls erinnern. Das ist auch ganz wichtig. Viermal im Jahr müsst ihr das Backup machen, weil dieses Backup muss auf einen exzellen Datenträger erstellt und aufbewahrt werden. Und eben am 15.02. muss spätestens der Jahresbeleg vom 31.12. an das Finanzamt übermittelt werden. Wie könnt ihr euch nun am besten auf eine Kontrolle durch die Finanzpolizei vorbereiten? Am einfachsten geht das, indem ihr alle erforderlichen Unterlagen in einem Ordner zusammenstellt und diesen in der Nähe der Registrierkasse griffbereit habt. Das verkürzt nämlich den Besuch der Finanzpolizei erheblich und sorgt für eine weniger angespannte Atmosphäre während der Überprüfung und zeigt den Finanzbeamten, dass ihr sorgfältig und ordnungsgemäß eure Registrierkasse und eure Aufzeichnungen führt. Das macht schon mal auf den ersten Blick, glaube ich, schon einen sehr guten Eindruck. So, was sollte nun alles in dieser Mappe zu finden sein? Na ja, fangen wir mal an mit dem E131. Was ist das genau? Das ist eine Bescheinigung des Kassenherstellers, dass die Kasse oder die Registrierkasse, dieses System den gesetzlichen Vorgaben der Bundesabgabenordnung und der Registrierkassensicherheitsverordnung beziehungsweise der Kassenrichtlinien entspricht. Dann das Handbuch der Registrierkasse. Damit kann die Finanzpolizei viel schneller die erforderlichen Daten herunterladen beziehungsweise bei Fragen findet man da vielleicht leichter Antworten zum Kassensystem. Dann drittens, Dokumentation über Updates und Programmversionen wäre nicht schlecht, wenn dabei sind. Dann wäre es auch sinnvoll, den Monatsbeleg oder die Monatsbelege in dem Ordner zu finden. Genauso Übermittlungsnachweise der Jahresbelege, auch Dokumentation von Ausfällen der Kasse oder der Signaturherstellungseinheit, das muss dementsprechend gemeldet werden. Eine Dienstanweisung an Mitarbeiter zur Herausgabe der Belege, wenn nicht schlecht, wenn man drinnen findet, aber auch zum Beispiel freiwillig geführte Zusatzaufzeichnungen, zum Beispiel Geldzähltabellen, Strichlisten und so weiter. Wenn man die drinnen findet, erhöht das natürlich auch die Glaubhaftigkeit des ganzen Systems. Dann wäre es sehr sinnvoll, eine Kurzanleitung zum Datenexport in der Mappe vorzufinden und genauso auch eine Anleitung zur Erstellung eines Nullbelegs, weil auch bei der Überprüfung muss oft ein Nullbeleg ausgestellt werden, der dann von Finanzbeamten geprüft wird mit dem QR-Code. Wäre sinnvoll, wenn man gleich weiß, wie man zu so einem Beleg kommt. Und ein USB-Stick für den Datenexport wäre auch sehr hilfreich. Habt ihr diese Unterlagen fein, säuberlich und vollständig in dem Ordner zentral gesammelt, könnt ihr die Prüfungshandlung verkürzen und werdet die ungebetenen Gäste auch viel schneller wieder los. Und bedenkt auch, dass die Finanzpolizei unangekündigt vor eurer Tür steht. Was passiert, wenn ihr nicht da seid? Besprecht dieses Szenario bitte mit euren Mitarbeitern. Diese werden dankbar sein, wenn sie diesen Ordner als Unterstützung bei der Hand haben. Wie ist denn eure bisherige Erfahrung mit der Finanzpolizei? Wie oft wurde eure Registrierkasse schon überprüft? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare eure Erfahrungen dazu. Würde uns sehr interessieren. Ja und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns wie immer bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.